ja ja aber ich dachte gerade auch sieht so aus wie ein delorean auf dem ersten blick von der seite wird es fast aussehen wie ein delorean aber auch nur fast vbi automatik nehme ich das ding oder nehme ich es nicht ja wenn du die andere für ihn nicht nützt dann packst du eine in die andere ja ich habe jetzt als zweitwaffe so eine kleine treffer spritze aber ich habe noch eine alte shotgun von mir falls er die wollte hier ja das wäre eine alternative das ist eine pump shotgun ne was ne pump shotgun ok die fahrt über zwei schüsse oh ja obwohl ne man nimmt die nicht aber gut schon ne dann fahrt vor dann fahre ich manuell da ja ich wollte jetzt grad gucken wegen im shop nochmal ja ja die die quest ist ja durch ne wir haben eine neue oder hast du die nicht ich habe jetzt hier noch eine haben wir hier gesunder wettbewerb das ist eine episodenmission und dann habe ich eine hauptmission die schimpfen genau ja die meinte genau ne und teilweise hat er keinen neuen hauptmission da muss man erst die ganze neben zu machen bis man die neue hauptmission ja gut finde ich auch nicht schlecht eigentlich ich finde es immer nur die hauptmission also wenn ich jetzt ja normalerweise wenn ich ein Spiel mache ich mache immer alle Missionen die ich finden kann ich bin du bist immer schon geil da ich denke weil die werden sie aber noch ändern die war es das wird nicht die das wird nicht die finale glaube ich nicht aber nicht die 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 so eine Lack-O-Karacha-Hupe die 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 also bleib stehen stopp oh mann nur keep the health feuerschmarrn Oh nein, du wirst heute nicht überleben! Alle anliegenden Gegner wurden eliminiert. Leute, wenn ich bei dir im Auto sitze und dann nebenher die Karte aufmache, dann bleib ich an der selben Stelle, aber du fährst weiter. Eine Mischung aus... Ja, das ist mein Bauch. Schwein? Na? Nee, da sind sie einkreifbar, da kannst du auch eine Tür öffnen. So, wo ich jetzt die quescht? Äh, ach so. Ja. Du hast die auch noch nicht aktiviert, oder wie? So, wie ist das mit diesem 180 Grad Drift denn überhaupt hingekriegt? Man kann ja doch gar nicht richtig driften. Äh, doch. Äh, gucke. Gucke. Quatsch. Das war kein Drift, das war ein Bremsen. Ich drifte halt um mich drumherum. Also. In dieser Gegend gibt es Spuren von Überlebenden, aber auch Mutanten waren hier. Ja, das gibt halt gar nicht. Das gibt gar nicht. So, wenn du fünf Meter insgesamt triftest. Das gibt also nicht. Wieso immer das denn machen? Insgesamt, insgesamt. Also immer mal so Meter oder so hab ich schon. Mit diesem Gerät müssen die Überlebenden den Notruf an Cass abgesetzt haben. Die wurden wohl lebendig weggeschleppt, aber wohl nicht. Ähm. Kann man sich die überhaupt mal angucken? Hey, hör zu. Ich bekomme noch ein Signal auf seinem Gebiet nach hier rein. Ne, seine Achievements. Zieh sie das doch mal an. Das ist immer dieses Knallen, wenn man irgendwo gehen kann. Oh, Mutantenchill. Ach so, das ist schon hoch. Ich hab' schon geschaffen. Die ist jetzt wieder eine Einzelschusswaffe, die sie jetzt wieder haben. Nehm mich hoch. Nehm mich hoch. Na toll, jetzt hau' ich raus. Was? Ah, sorry. Doch, aber kann man sich ja auch sparen. Das habe ich nicht gesehen. Hebe mich auf, hebe mich auf! Ja, Entschuldigung, jetzt muss ich noch jemanden auf mich festen. Oh Mann, das macht ja gar keinen Schaden. Wir sollten rennen! Das ist geil! Du kannst nicht, Herr Stumpf! Ja, du kannst nicht, Herr Stumpf! Das ist geil! Das ist geil! Oh, der Drunkstun! Oh, der Drunkstun! Puh, mit Trash. Röhrenheld, meine alte Arme, meine alte. Kommt her. Das ist das Ende dieser Typen. Ego Upgrade available. Was Bioman Grenadier angeschlossen ist? Also gehen wir jetzt da rein? Da kommt man doch schon mit dem Auto drüber, oder? Ich muss die Waffe wieder wechseln. Hast du gesehen? Der Durchschläger ist ein totaler Schein. Hey Kalle, von was für einem Auto redest du denn? Was? Was? Ach warum? Was? Was? Das war der Trash. Was? Wie war der Trash? Wie war der Trash? ja wenn man es nun die Tüse ja 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 was ist da denn anders wenn man die ausstellt wenn der Gegner gerade läuft und du hast jemand Rechtsklick auf ihn zoomt er automatisch hinterher ah ok keine Ahnung was heißt denn du das Nutsch eine Heilungswaffe hier liegen sie heile mich heile mich jawohl wir sollten das genauer untersuchen und herausfinden was hier vor sich geht hm schauen wir mal kommen wir hier aus diesen Körpern wurde Rückenmarkflüssigkeit gezogen es gibt keine logische Erklärung warum Mutanten so etwas abscheuliches tun würden wir müssen die anderen Überlebenden finden bevor sie genauso enden unser Funk läuft wieder wir empfangen einige Rettungssignale auf dem Kindschirm Plaza geh dort hin und hilf den Leuten vielleicht ist auch von Bach dort auf Englisch auf Englisch auf Englisch auf Englisch habe auf Englisch auf Englisch oder ja Wenn ich weiß, wo du bist, muss ich halt mehr Töne kommen. Weißt du wie das ist, Ocean? Ja. Was ist genau? Schnell. Wo bist du denn? Ach da bist du. Schnell, Zeit ist gleich rum. Ich bin ja nicht mehr an dir vorbeigelaufen. Aber es heißt vorbeigelaufen, ja. Und die Nachteile wird nicht mehr gehen. Du bist ja vorhin über mich drüber gelaufen. Ich stehe jetzt gerade nicht immer richtig neben dir. In Sicherheit! Du bist ein wahrer Soldat! Fühle den Publikk! Nein! Fühle den Publikk! Hä? Irgendwas schießt das? Ich sehe keinen. Ach da oben war der. Jetzt nicht mehr. Jo. Diese Mistkerle werden es bereuen mich festgehalten zu haben. Kehre zur Basel zurück! Kein drücken an! Ich geh mal zu dem ganz hinten. In Sicherheit! Du bist ein wahrer Soldat! Fühle den Publikk! Oder Republikk! Orange macht den letzten Card. Cool. Ja, wenn ich jetzt nicht da reinkomme. Für den Publikk! Ja! 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 Wir schauen wo ist der letzte. Ah da oben. Ja! 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 ist nun schon in der Nähe, wo es nicht weitergeht. Verflucht! Ich sterbe hier! Ich weiß nicht, wie ich an den Rand komme. Du wirst es nicht bereuen. Ich hoffe, eine Gruppe überleben, wir werden Kinship Tower. Ich komm mal! Diese Wichser killen mich wieder nicht! Rollen! Fallen die Rücken an! Die mir so viel Schaden machen, und ich draufhalten kann ein ganzes Magazin und die einfach nicht sterben. Auf dem Kopf ziehen. Mach ich ja! Du musst hier jeden Nahkampf! Du, ne, auch schon. Wenn nicht, du hast auch Blur wie ich hier den Skill, oder? Was? Du wirst auch den Skill als schneller rein in den Nahkampf schauen. Richtig? Nein! Nicht? Ich hab den zum Waffe aufladen! Ah! Overload! Ja! Ich orte starke seismische Aktivitäten! Sei auf alles gefasst! Da oben! Pfff! Irgendetwas stimmt hier nicht! Bleib wachsam! Ja! Ja! Ja!